Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fülle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Der Pannendienst kommt in einer Zeit. In einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wär's doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Was ist das Paradies auf Erden? Schatz. Ich will, dass du einen Aids-Test machst. Ist doch lächerlich. Ach ja? Was? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Mein Gott. Was ist so toll? Sie führen kein Gespräch wie dieses. Und? Ist dir nicht Mühe gegeben. Schön. Womit hab ich das verdient? Ah, die Soße. Dann lass mal. Lass mal, lass mal. Ich mach das. Oh, nein, nein. Da ist Sahne drin. Die ist für dich. Nur auf die Kartoffeln. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.